Moin und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Jungs, ich habe heute mal ein anderes Thema für euch. Also kein Gameplay, oder man sieht im Hintergrund ein Gameplay. Was von dem lieben Minimitchhacker ist. Und heute geht es um seinen Song, nämlich um den Hacker-Song. Ich weiß, dass, ich weiß, ich weiß, bevor ihr in den Kommentaren rumflämt. Passiert das, doch, ist das schon so alt, Junge, das fällt dir ein, Alter. Jetzt, meine Oma ist so alt. Nein, Jungs, Spaß und sorge ich gerade für diese Scheiße. Auf jeden Fall, also, der Hacker-Song ist jetzt schon etwas länger her. Und ich habe ihn mir auch schon so oft angehört. Ich finde ihn einfach geil. Und trotzdem machen wir heute nochmal eine Reaction drüber. Weil, ähm, ja, da. Wir können auch mal gucken, wann der Song abgeloadet wurde. Das war nämlich, ähm, äh, ähm, am 9.04.2018. Meine erste Song-Parodie, in dem es um das Thema Hacker geht. Diese ist lediglich witzig gestaltet. Bitte nennt es nicht zu ernst. Äh, ja, Mini, alles chillig. Äh, falls du das Video siehst, äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich, Mini. Äh, mega cooler Song. Und ich würde sagen, jetzt hören wir erstmal rein. Äh, ne, diese Musik, Alter. Ich liebe dieses Lied. Aber ich weiß gar nicht, wie es heißt. Äh, jungs, falls das irgendjemand um mich bliegt, das sind jetzt alles Hack-Clines, die quasi voll ist. Also, Vape-Line, Mickey-Cline, Scafford-Walk, ähm, Badfucker, Violents und sowas. Das sind alles Hacks. Scafford-Walk, Killer-Rap, Violents, Badfucker, Moose-Cline, Labi-Cline. Hauptsache, geht durch. Er hängt, er hängt, er hängt die Scheiße. By the way, das ist nicht Mini-Me-Checker, das ist Unify oder Schrägstrich, ähm, ich glaub, Elite-Hacks heißt der. Äh, bis der Hacks ist der Scheiße. Liquid-Bounce, X-Ray, Trigger-Bot, Fast-Play, lossetier ich ja kein und hab auch noch Spaß dabei. Was ich euch auch noch sagen möchte, Mini ist einer der geilsten Bad-Wars-Spieler. Also wirklich, Hashtag Mini-Army wäre auch cool. Ähm, auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall kein Hacker. Diese Clips, die ganzen, sind nicht von ihm aufgenommen. Oder ich weiß es nicht, ich glaube, ich hoffe mal nicht, Mini. Rock und Speed, Rain, schnell wir aufsehen. Full-Pride, Ambien, Suicide, 1-3. Es ist nicht mehr legit. Alle Hacker nur noch, weil sie selbst so schlecht sind. Es ist nicht mehr legit. Zwischen Hack und Legend herrschen große Skepsis. Wolfram, große Memes, Gegner haben ein Hacker-Team. Tochter links, schnell gesnackt, nehmen uns den Spielschwachs weg. Die Namen, die gerade erzählt wurden mit Labimos, Jigsaw und so, das sind Leute, die Hacklines programmieren. Also alles gut, Jungs, das sind keine Hacker oder so. Also sie machen halt Hacklines, verkaufen die. Also ja. Und NeroxWaste, Gormerewi, kennen wir bestimmt, sind einfach Minecraft-Server. Kurze Erklärung für diesen Hack, das ist Liquid Bounce. Es ist nicht mehr legit, zwischen Hack und Legend herrschen großes Skepsis. Gut, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Falls es euch nicht gefallen hat, schreibt mir Kritik in die Kommentare. Wie immer kein Hate, sondern Kritik. Es wäre mega nice. Falls ihr ja noch kein Teil der AMK-Gang seid, lasst jetzt ein kostenloses Abo da. Ich meine, Jungs, es ist kostenlos. Gönnt es euch. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen.